Danni schreibt gerade, versuch mal das grüne Vieh aus dem Flur zu verfüttern an den Typen im Gully. Das ist eine gute Idee. Ey, das ist eine hervorragende Idee. Aber ich konnte jetzt gar nicht lesen, was da steht, dann muss ich mich später mal durchlesen. Manchmal finde ich es doof, dass einige Sachen von selber übersprungen werden und andere Sachen dann doch wieder nicht. Warten wir nicht. Merk über die Tsch. So. Ich soll, also, kann ich den dann irgendwie mitnehmen? Nee, ne? Ich kann ihn dann gar nicht mitnehmen. Ich sollte mich nicht verpaddeln. Okay, ist zu kostbar. Ähm, du, diese sind von einem ziemlich privaten... Da ist ja kein Mensch. Okay, kein Ding. Okay, nee. Mit dem kann ich nichts weiter machen, außer angucken. Ich spreche nochmal mit der Lady. Mal gucken, vielleicht hat die ja noch sonst irgendwas für uns jetzt. Wir bräuchten nämlich noch eine Machete. Ist da noch etwas anderes, was du willst? Nein, hast du so nie gehört? Nein, hast du so nie gehört? Ich habe eine schreckliche Erinnerung. Nein, ich habe keine Türen. Ist da... Okay, das wiederholt sich also immer... Vielleicht... Vielleicht nicht. Das sind die, die Herr Arthwipe nachher. Okay. Oh, warte mal. Der hat ja gesagt, wir sollen ihn dann im geheimen Garten treffen, ne? Der hat ja gesagt, wir sollen ihn dann im Garten treffen. Na, pass auf. Dann gehen wir mal in den Garten. Nehmen den Garten noch weiter. Ja, äh, guck ich gleich nochmal. Okay. Na gut, dann gehen wir nochmal weiter. Neben dem Garten noch weiter nach rechts. Hier, komm. Zack. Gehen wir hierüber. Gucken, warum ich das jetzt... Oh. Es ist ein bisschen fischig. Was sind sie? Very special, das ist was sie sind. Aber ich habe keine Zeit für Chitter-Chatter. Walker ist drüppig überall. Es wird alles verholt. Es wird alles verholt. Um. Hallo, guten Herr. May ich ein Wort? Hold on, Herr. Meine exotische Produisse ist drüppig. Ich muss es alles verholt. Right, Blumen-State, ich erzähle. Das sind Fruits. Hm. Das ist ein Pinapel. You've never seen one before. Das ist ein Ananas? Okay, wir können hier nichts weiter anklicken. Wir müssen wahrscheinlich... Wir müssen wahrscheinlich irgendwas finden, was wir darüber packen können. Was aber... Okay, es gibt hier... Es gibt hier keine... Keine spielinternen Tipps. Alles klar. Schade. Ähm... Okay, im Haus hatten wir nichts mehr. Der Garten können wir jetzt auch nicht. Ach, warte mal. Klar. Ja, wir müssen jetzt irgendwas finden, um den Typen zu füttern. So. Aber um den Typen zu füttern... Nee, Quatsch. Ja, um den Typen zu... Aber um den Typen brauchen wir irgendwas, was man essen kann. So, wenn wir das haben, dann können wir nämlich... Kriegen wir nämlich das Schwert. Und mit dem Schwert können wir dann in den Garten. Guck mal. Hm. Okay, aber klar, nicht zurück. Jetzt. Äh, wow, das ist eine geile Idee mit dem Paddel. Mit dem Paddel an die Unterhose, um damit das Loch zu flicken. Ich hoffe, dass niemand das sieht. Denk an den Skandal. Du kannst es hier verlassen. Bis zum nächsten Mal, Alli-Gate-All. Boah, Dani, warum spielst du das eigentlich nicht? Der, der... Du, du kannst sowas viel besser als ich. Jetzt mal ohne Spaß. Ich wäre da... Ich hätte wahrscheinlich... Wirklich eine... Eine ganze Ecke länger gebraucht, um da jetzt hinter zu kommen. Achso, warte mal. Okay, pass auf. Also, Dani hat jetzt nur geschrieben. Okay, sie hat gerade schon gesagt, pass auf. Die Früchte, äh, also jetzt müssen wir hier zu dem Typen hin. Ich meine, klar, es ist auf eine Art, ähm... Es ist ein ganz kleines Bild, ein Spoiler, aber ist mir scheißegal. Ich will ja auch vorankommen. Und es ist auch langweilig, wenn wir die ganze Zeit hier nur sitzen und... Also, was machen wir jetzt, keine Ahnung, weil wir wieder gehen. So was mal auf jetzt, sag. Jawohl. Ja, warte mal, Sir. Cool, blimey, Sir. I'm most unbeliebted to you. How can I repay you? Cool, blimey, Sir. I'm... Eee... What are they? Awekidodo's. The world's rarest fruits. You can have one in return for real with me out. One good, Sir, deserves another. Thank you, good, Sir. Eww, it's all wiggly. It's a bit fishy. It's a pineapple. Have you never seen one before? Nein, leider nicht. Hab ich leider noch nie davon gesehen. Na, was denn jetzt, unfreundlich werden, oder was? Ich nimm gleich meine Unterhose wieder mit da. Okay, pass auf. Mit der, mit der Avocado, die komischerweise aussieht wie ein Vogel. Äh, gehen wir dann jetzt mal... ...den Typen füttern. Boah, ich mag so Point-and-Click-Adventures gerade voll. So, zack. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, 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 ja. So, dann kommen wir mal hierher. Also, pass mal auf. Wie wird denn hier mit, junger Mann? So, dann kommen wir mal hierher. Oh, Sir Bruce and Lady Jane Wimpery. They are keen spiritomologists. And I know Sir Bruce has had need of special assistance in the past. I've heard of a gypsy lady who has such powers. Mayhaps you should seek her out. But be careful, Phil. You are meddling with things you can't imagine. Here, take this for protection. Leave me to my Gluttony. These are dark times and powerful forces are at work. Nobody knows, whom they can trust. Oh, Cthulhu hat unser... Cthulhu. Cthulhu hat jetzt unser Monokel bekommen. Das ist ein Avocado-Dodo. Ja, genau, Dodo ist mir nicht eingefallen. Naja, gut, okay, pass auf. Dann gehen wir mal jetzt zurück, weil wir wollten hier jetzt hier... Warte mal. Wir haben hier jetzt den Säbel. Ich bin mal gespannt, wie weit ich jetzt komme, bevor ich wieder null Ahnung habe. Moment, warte mal kurz. Groovy. Woods Original Bauchschmerzwasser. Bitter bis zum Schluss. Woods Original Grapewater. The bitterest beverage, money combined. Made from natural grip liver. Können wir das vorher schon anklicken? Habe ich nicht gesehen. Naja, okay, komm. Wir rushen da jetzt mal durch, so weißt du, so Speedrun durch Bertram Fiddle. Teil 1. Okay. So, und jetzt pass auf. Jetzt nehmen wir mal hier unseren Säbel und... Ach so, jetzt können wir da lang, alles klar. Ja, das ist ein Dschungel, Kevin. Das ist ein Dschungel. Psst, Fiddle. Over here. I can hear the trees talking. Wo? Wo? Hä? Over here? Ja, wo hier? Ah, da hier wahrscheinlich, ne? Haha, Fiddle. You made it past that murderous hedge then? Oh, Lord Arthwipe. How did you get in here? I have my ways, Fiddle. Have you got my photomographs? Hör mal, Digga. Selbstverständlich haben wir die. Splendid. Splendid. Haha. You didn't look, did you? I, um, yes. Uh, you mentioned some kind of reward? I did, did I? Let's just say you won't have to worry about that Dalsworth fellow again. Dalsworth? We're waiting for Dalsworth. No more. This guy is a weird shit. How did you know about that? Oh, haha. Um, ah, here, look. A secret passage. Be on your way, Fiddle. You have a murderer to catch, and you don't want him to get away again, do you? Hm? Ha, 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 ha. I smell danger. That isn't danger. Ha, 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 ha. Mind your step, Fiddle. It can get quite treacherous in there. Hmm. Yes. Okay, da hat's aber keinen Bock. Alles klar. Dann gehen wir wohl voran. Kapitel 4. Dramatische Erkenntnisse. Mind your steps, sir. There must be a way out somewhere around here. Warte mal kurz. Boah, da kann man auch ein bisschen kleiner machen. Das ist viel zu overpowered gerade gewesen, hab ich gerade gesehen. Ah, alles klar. Oh. My goodness. This tunnel has led us right under the canal. Oh. Fancy that. Gavin. You look different. Oh. You have an eye stuck to your face. Ah. Ahhhhh... Nö, das ist so eklig! Ah, das ist so eklig! Hahaha, das ist so übel! Oh, das ist so übel! Okay. Aber vielleicht für einen Diamanten? Schade. Ah ja, deine Wanne kriegen wir noch, deine Wanne kriegen wir noch, mein Freund. Wer ist denn sie denn, Johan? Morgen, Sir. Ich bin auf der Hunde für den fiendischen Willen, der nur als Jeff, der Mörderer. Hast du gesehen, dass jemand überrascht hat? Nein, Sir. Ich bin zu viel, zu verabschieden, andere Menschen zu verabschieden, Sir. Es wird mir Zeit dauern, um all diese Muck aufzudrücken. Diese Bremse ist einfach nicht genug genug für mich. Es macht mich richtig wunderschön, es macht mich. Es ist besonders, dass ich jetzt diese fieberen Bremse benutze. Wenn nur meine neu fangelt, automatische Spiegelmaschine nicht gebrochen hätte. Was eine marvellische Maschine! Was eine Mar... Ja gut, aber kann man die marvellische Maschine vielleicht nochmal reparieren? Es ist zu precius. Okay. Damit offensichtlich nicht. Hallo, gentlemen. Du bist nicht von hierher, sind Sie? Du sehen, was du willst? Oh, ich würde ein bisschen Muffin lieben. Du fribbelig nittwitzigst! Was ist außerhalb, du? Wie verrückt! Sie hat sie ihr Muffin an mich! Ich werde nicht etwas essen, das auf dem Boden war. Ich bin kein Hirn. Oh, was eine schöne Turnip du da hast. Lass meinen Turnip alleine. Oh, das ist meine schöne Baby Turnip. Sie nennen mich Pocky Mary. Weil ich dich mit dem. Oh, sie wird auch. Schau, was sie mit meinem Haar getan hat. Ich werde dich mit dem. Ja, ja. Wir mögen nicht, dass du hier eine tragende Rolle in diesem Spiel hast. Du möchtest dich mit dem. Ich werde dich mit dem. Geh weg von mir. Hilf mich wieder. Geh auf und ich werde dich zurück mit dem. Ich werde alles in den. Ich habe keine Lust. Geh weg von mir. Hilf mich wieder. Ich werde mich wieder. Hilf mich wieder. Okay, schade. Funktioniert nicht. Man kann sie leider nicht triggern. Hm, schade, schade, schade. Da wollen wir mal gucken. Wo geht's denn hier hin? Ja, naja, aber das Spiel, das ich jetzt gespielt habe, ist ja rausgekommen jetzt, ne? Insofern hast du jetzt keine Chance mehr. Also jetzt ist dein Geheims leider entdeckt. Es ist eher unbekommener von einem Mann von meiner Stimmung, um durch Zutbinden zu rennen. Ein Glas von Gruhl. Ein Schraubchen. Oh, was ist das? Ein Kork. Ein Kork. Ein Kork? Hm. Hm. An outside meditation chamber. Oh, someone's been meditating a lot. Hm. Hm. Habe ich damit gerechnet, dass dein Erdnuss hören soweit kommt? Brauch aufs Klatsch gleich. Hm. 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 Okay, das wird nicht gehen. Ich, äh, damit. I have this enorm... Okay, damit geht das tatsächlich nicht. Na, dann gucken wir nochmal. Okay, hier können wir nichts machen. Gehen wir wieder zurück. Ach, Blödsinn. Über kurz oder lang hätte ich das schon hingekriegt. Die Frage ist halt nur, wie lange hätte die dauert. Wahrscheinlich ein bisschen länger. Kann ich denn mit der Marvelous Machine... Ah, warte mal, der ging ja noch in die andere Richtung hier, ne? Der ging ja noch hier entlang. Warte mal kurz. Okay, genau, Gott, nee. Okay, gehen wir mal hier entlang. Oh Gott, Blödsinn. Keiner hat die Brücke nach dem Nacht. Es ist nicht sicher. Aber ich muss eine Brücke kommen. Ich bin in einem sehr wichtigen Geschäft. Sorry, Mister. Since then murderings started happening, we always shut it at night to keep the rascals out. Can't you just open it a little bit? It's more than my job's worth. I'm off home for a nice plate of kippers. You'll have to come back in the morning. Och, man, oh. Oh, Frudge, what shall we do now? An ensemble of reeds. Schilfgäser. We're going to need a bigger boat. Hmm. If only there was a way to get to the other side. Maybe you can use it as a snorkel and cross the river. No, sir. Hmm. We're going to need a bigger boat. Okay. Okay, warte mal. Vielleicht können wir ja mit dem gucken. Hmm. Okay, können wir nicht. Können wir mit dem. Das ist, äh, gar nicht mal so doof, ne? Hat die gerade Spanisch gesprochen? Ernsthaft? Ja, ja, aber was ist denn da eigentlich kaputt? Und. The other day I found a leg. An actual human leg. If only my newfangled automatic sweeping machine hadn't broken. It's gonna take me ages to sweep all this muck up. This broom just isn't powerful enough for me. Hm, es scheint, dass du eine Gaskette geblieben hast. Du brauchst etwas, um das Hohle zu spüren. Nein, das wird nicht funktionieren. Okay, warte mal, wir müssen das Rohr reparieren. Kann ich da jetzt noch mal hin, noch mal insholen? Weil die hat uns das ja jetzt kaputt gepiecht. Hm, if only... We're going to need a... Okay, vielleicht war da doch keine Südweidee, dass ich da jetzt... Mal passieren, wie ich jetzt da noch mal zurückgehe. Oh, warte mal, wir brauchen ein größeres Boot. Das heißt, wir brauchen das. Will this be of any use? Oh, danke dir sehr, Sir. Ich gehe aus dem Wiss von meiner Frau zurück. Es gibt so viele Dinge, die man sich immer merken muss. Das ist, wow. Und zwar... Warte, Moment. Na. Wir haben hier... Die... Ja, aber dann steckt doch ein. Ja aber dann steckt doch ein. Hä? Ah. Okay, warte mal. Wir müssen erstmal... Hmm... Das wird nicht... Vielleicht brauche ich etwas Stärkeres... ...etwas Stärkeres... Ah, wahrscheinlich brauche ich den... ...Besen? Würden sie mir das hier heben? Wollt ihr nicht das schade-Gesicht um? Okay, pass auf... ...der beschwert sich das... Alles klar! Da geht's! So gut wie neu! Oh, danke, Sir! Aber mit meiner Kontraption zurück in meiner Kommission... ... bin ich von nichts... ... wer weiß, was ich werde? Zeit, diese Müll zu schließen... ... und alles immakulär... ...immakulär... ...immakulär... Gut, pass auf! Dann machen wir jetzt... Okay, der hat jetzt hier für... ...strahlende Sauberkeit gesorgt, hat er ja sauber gesagt. So, pass auf! Pass auf, pass auf! Ich bin nämlich schlau... ...und deswegen nur ein... ...ja... ...und du kannst diesen Bremsen als Paddel benutzen! ...und da ist halt eins hier fast rechts, also... ...geht nicht! So, kann ich da jetzt einstellen? Hm... ... ich denke, es ist wahrscheinlich besser, wenn ich auf dieser Seite stehe... ... und einen Blick auf! Alles klar... ...ja... ... wenn du einmal bitte rüberschwimmen würdest... ...wenn du einmal bitte rüberschwimmen würdest... Halt an, Sir! Es ist eine Zeit lang! Ja, dachte ich auch erst, aber da geht's ja dann auf die andere Seite... ...und dann... ... ein bisschen schneller! ... wir haben noch nicht alles getroffen! Natürlich geht das jetzt unter... ...ja... ... jetzt schlau den Bruch! Natürlich, Sir! Ah! Die einfachsten Lösungen sind die besten! Schon... ... immer so gewesen! Oh! Es ist alles knackig! Wir haben ein Ding in Peru! Eine Webe in der Hand ist wertvoll zu in den Bremsen! Oh, lieber so als so! Schau auf die Größe dieser Spiegel! Oh! Die Spiegel sind alle zu meinem Bruch! Oh nein! Ich hab... Oh nein! Echt jetzt? Okay, die spielen Murmeln! Pass auf! Ich... Ich bin da rum! Ich hab sie gesehen! Äh, ich hab ne Vermutung! Ich hab folgende Vermutung! Gucken, ob's gleich stimmt! Die spielen Murmeln! Die haben... Dieses Auge! Dieses Auge brauchen wir! Dieses Auge geben die uns aber nicht so einfach! Wahrscheinlich! Deswegen wollen die irgendwas als Gegenleistung haben! Das heißt wahrscheinlich Zuckerwatte! Jetzt geben wir ihnen gleich die... Zuckerwatte! Mal gucken, ob's stimmt! Entschuldigung, junge Wippersnapper! Dieses Auge gehört mir! Find uns Kieper, Herr! Wir haben es erst gesehen! Wenn du es willst, musst du uns zu Marbeln schießen! Na ja, ich war ziemlich gut in diesem Spiel, als ich ein Junge war! Du kannst nicht spielen! Unless du ein Marbeln hast! Wir machen nicht die Regeln, Herr! Ja, ich kann... Ich kann hier nichts mehr rausnehmen! Was wagen du das für? Ich denke, du hast deine Marbeln verloren! Schade! Ich behalte dieses gigantische... Schade! Ich hatte die Vermutung, dass das so ist, aber... Okay, wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen!